Die Zukunft in Überling mitgestalten? Das kannst du selbst, indem du den Jugendgemeinderat wählst. Im Gemeinderat vertreten wir unsere Generation und können unsere eigenen Ideen einbringen. Uns gehört die Zukunft, darum lasst sie uns gestalten. Dafür steht uns auch Budget frei zur Verfügung. Ob das dann für eine Party oder eine neue Chill-Out-Area direkt am Wasser genutzt wird, entscheidest du mit deinem Stimmrecht. Gemeinsam können wir unsere Vision dem Bürgermeister vorstellen, der sich schon auf uns freut. Der Jugendgemeinderat ist eine wichtige Ergänzung zu unserem Gemeinderat. In Überlingen ist es wichtig, dass junge Leute sich für ihre Interessen einsetzen, dass sie sich einbringen. Das ist mein wichtiges Anliegen. Insofern, Überlingen ist eure Stadt. Bringt euch ein, macht mit!